Servus Leute, heute gibt es mal wieder einen Raid auf Streets und ja, da hatte ich mit einen der härtesten Fights, oder schnellsten und intensivsten Fights, die ich jemals in Targov hatte. Der war auch ziemlich am Anfang, ich habe es überlegt, ob ich das bloß als Szene verwende. Aber ich habe den ganzen Raid für euch, weil ihr wollt auch immer sehen, wie das mit dem Looten ist und wie ich das alles rausschleppe. Also gibt es da den ganzen Raid und es ging auf jeden Fall zur Sache im Autohandel. Ich will es euch nicht spoilern, schaut es euch an. War auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Fight. Ich bin übrigens dazu täglich live of Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ja, war gestern Mörtelmischer, ist schon vorbei, der geht schon nicht mehr. Der Code. Hat sich erledigt. Kein freies Gear für dich. Es tut mir leid. Let's go. Wusste dir was schießen. Ja, so ist es. Billy Batscher, Dankeschön für den gegifteten Ahn. Zelo. Zelo, viel Spaß mit dem Sub. Und Billy, Dankeschön für sieben gegiftet insgesamt schon. Von Prime auch nichts. Prime Zähler auch nichts. Aber wenn du einen Prime hast, dann kannst du auf Tier 1 umschwenken oder auf Tier 2 oder was auch immer. Und dann zählt's. Wir schauen von oben. Ey. Was ist denn los? So, wir machen den Red Lord Sniper. Jethro, Dankeschön fürs Upgraden von deinem Prime auf dem Tier 1. Danke für den Support. Ich hab dich jetzt ein bisschen gebetet. Ich fühl mich schlecht. Es zählt erst, wenn der Prime ausgelaufen ist. Dann kannst du den Tier 1 nochmal teilen und dann zählt er oben fürs Goal. Dankeschön für den Support, mein Lieber. Weiß nicht zu schätzen. Danke für den Beitrag zum Partner Plus Grind, okay? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was ist los? Was ist hier los? Wow! Das ist... Raus hier, ey. Das waren vier Kills und ich hätte eigentlich nach dem ersten Tod sein müssen. Da kommt Glurak an. Ein Hoch auf die Drogen, meine Freunde. Und Moment, ich bin Dusi. Dankeschön für den ganz frischen Sub. Danke für den Beitrag zum Partner Plus Grind. Freut mich sehr. Danke dafür und willkommen in der Abo-Falle. Eben erst gefollowed. Jetzt schon der T1 hinterher. Beste Kombo. Krasser Scheiß. Ai, ai, ai. Fuck, ey. Ich habe auch keine Amor mehr. Wieso Sklur auf Streets? Ist er immer. Also der kann oft auf Streets sein. Im Moment. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ich glaube, ich habe vier Leute gekillt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren vier. Das war ein krasser Fein, ey. Einer der engsten Feins, die ich jemals hatte. Kein Scheiß, ey. Also, mir hat es ein bisschen in die Karten gespielt, dass die Jungs nicht so viel getroffen haben. Lusi, dankeschön. Servus. Schön, dass du schon von YouTube vorbeischaust. Ich verspreche auch wieder, es kommt ein Video. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs Tage kein YouTube-Video gemacht. Das war im Moment etwas, etwas stressig. Zelo gibt gleich auch die Lüse. Billy hat ja einen geschenkt. Aber, wenn du selber subben willst, kannst du den gegifteten Sub immer canceln, Zelo. Bei Abonnements kannst du ihn abbrechen und selber subben. Das geht auch. Eieieiei. Da ist noch mehr los, ey. Wir geben jetzt mal Kit. Ich habe ein Mech weggedroppt, ne. Das Schöne ist, meine Rüstung wurde in etwa bloß einmal getroffen. Ich habe ein Begebel. Über das Schöne ist, mein Schöne ist wie lange in der Schecht. Und wir finden, mein Schöne ist, meine Schöne ist einfach leer. Söne ist ein Kind. Ich habe es, meine Schöne aus, meine Schöne ist ein Kind. Ich bin mir auf, was ich immer mehr Gehlas. Ich habe meine Shöne aus dem Schöne aus. Und da ist noch mehr Zeit. Die ganze Gang hier, ey. Das ist 99% Rechala. Das ist 100% Rechala. Oh, da steht er. Habt ihr ihn gesehen? Komm schon. Jetzt bewegt er sich. Genau jetzt. Ja, hat er überlebt. Der ist klar. Hat er überlebt. Ne, hab ich nicht. Da ist einer drin. Boah, das haben sie gefixt hier, krass. What? Oder ist es bloß mit dem Ding? Kann auch sein, dass es bloß mit dem Delta Point ist. Am rechten Fenster. Ich war doch gerade am rechten Fenster. Aber war ich gerade am falschen. Ah, hast recht. Kurz mal selbst verwirrt. Oh, okay. Moment. So früh nachgeladen. Hey, Duke. Servus. Unten im Café war einer. Da muss ich aufpassen. Hier oben könnte einer sein. Ich sehe, da war nix. Ich glaube, es ist doch nicht Gluha, der hier ist. Blut-XP-XWiz ist wichtig, ja. Am Anfang vorbei mache ich das immer. Ohne Scheiß, der Fight gerade war so in etwa mit der härteste und schnellste Fight, den ich in Tarkov jemals hatte. Also das war schon, keine Ahnung. Da war viel Glück dabei. Aber ich glaube, auch viel können. Und Schiff. eins es waren auf jeden Fall vier es waren vier, ja da liegt noch einer, hier liegt einer hier habe ich keinen, ne? das war der hier, den ich angeschossen habe den hier halt ist der Premium der Hauptsache ich habe eine Schroppandana in, Outlord Roy Bad? Nicht so glücklich wahrscheinlich. Oh, ich weiß, warum er tot ist. Leute, geflippte Granaten kosten Leben. Wollen wir das machen mit den Granaten, weil es cool aussieht, das ist eine Glaubensfrage, wie viel ist. Ist das APSX? Ich dachte schon. Hab ich den hier schon durchgelootet? Ich geh noch den ganzen an. Die Jato, servus, wie geht's? Hey, Hotte. Traust dich nicht. Setz dich hier vier. Und das ist recht normal, haben alle am Anfang. Mach dir nix draus. Wird besser mit der Zeit. Geht bestens. Head on Climps, servus. Ach, da fehlt schon die Waffe. Okay, hat schon das Gäv. Mal sehen, was er hatte. M4 oder so mit 8, 5, 6. Gibt im Moment kein Event. Ja, gibt doch, gibt ein Event. Da ist immer noch das alte. Okay. Alright, gehen wir mal Richtung Factory, würde ich sagen. Das ist Schmutz, ja. Ich hab's auch nicht gemacht. Wir waren gerade Nates zu hören, ne? Ich muss aufpassen. Ja, ist auch Blut. What the fuck? wo service mucho wollen? Hast du nicht? Ja! So! Ich würde gerne noch mal Geräusche, wo die Leute gerade sind. Breakdance! Hey Franz, auslö! Wie ist der gestorben? Das war garantiert das, was ich gehört habe. Ne, Steve, keine neuen. Servus. Klick aufs Doctag, verrät uns. Er ist vom Scaf gestorben, okay. Da kann man sich auch selbst entertainen, ne? Da war schon einer. Da war schon einer. Ich weiß nicht, wie ich hier gehört habe. Hm? Okay, im Wagnum lassen wir uns mal aus. Ich habe nicht schon eine Waffe auf dem Rücken. Meistens sind da Waffen drin. Die Tür ist normal auf. Die Tür ist normalerweise auch auf. Das sind immer die ganz unauffälligen. Die Tür zumachen, wenn sie normalerweise auf sind. Jawoll! Alle Türen einfach zumachen. Leute, die haben solche Hobbys. Deter. Daniel. Alles gut! Alle Türen wissen, w Machen wir hier Hallo YouTube draus. War schon ein krasser Fight, ne? Komm, waren es nur bloß vier Kills, aber trotzdem Hallo YouTube. War doch eine geile Runde eigentlich. Macht mal Hallo YouTube, vielleicht verwende ich sie. Weiß ich noch nicht. Verewigt euch. War mit der härteste und schnellste Fight, den ich je hatte in Tarkov. Von daher wäre schon würdig. Ich dachte eigentlich auch, dass Gluha da war. Aber das waren hier vier Kills in, naja, ein bisschen über 30 Sekunden, in 33 Sekunden. Alle bei Hallo YouTube im Chat. Ansonsten habe ich leider keinen mehr erwischt, ne? Der Typ, der da noch auf mich geämmt hat, leider nichts mehr, ne? Das wär's der Fisch.